So, dann sind wir wieder bei Nomad Sky. Ich wurde offensichtlich vom Spiel geprankt. Da war einfach nichts. Da war ernsthaft nichts. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich bin auf jeden Fall weiter links hier. Von der Basis aus gesehen. Ach, ich renne. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es einfach nicht, Leute. Ich sehe es nicht. Oh Mann. Irgend diese Richtung hier. Das muss jetzt eigentlich schon hier gewesen sein. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Strahlungsschutz nimmt ab. Wir wollen uns bis in die Höhle verkriechen hier unten. Oder war es? Es war das hier. Es war das Aluminium einfach. Hallo. Strahlungsschutz stabilisiert sich. Es war einfach das Aluminium. Habe ich noch genug Platz? Ich habe ein bisschen was mit davon. Ich kann auch verkaufen. Es war einfach das Aluminium. Es kippt es doch einfach nicht. Okay, sollte das so sein? Ich weiß ja nicht. Eisen können wir noch gebrauchen. Das sieht unser Laser aus. Das ist fast aufgebraucht. Natürlich nicht so schön. Ich kann auch Termin vernehmen. Ich möchte bitte mein Hut sehen. Danke. Hier war es so zum Schiff. Wo war mein Schiff? Da. Es war dieses Aluminium. Dafür habe ich mich gehoffert. Verdammt. Verdammt. Nice. Na ja. Kommen wir hier durchrennen. Brauch. Einigermaßen. Rennen sollte ich jetzt unbedingt nicht. Mich nervt, dass wir die Spiels jetzt nicht finden. Aber gibt es hier Wasser? Ich habe kein Wasser gesehen. Ich habe kein Wasser gesehen. Wasser gibt es hier auch noch Kreaton, die man skatten kann. Zerstört das Teil hier einfach mal. Aber ich gucke, wie viel Eisen das abgibt. Ob sich jetzt lohnt oder nicht. Sowieso beim Schiff. Von der Länge her, die ich brauche, um das abzubauen. Ich weiß ja nicht. Ja, okay. Also es lohnt sich schon, sowas abzubauen. Aber ist jetzt nicht so zu empfehlen. Sonst war da hinten noch nichts. Das haben wir alles eingesammelt. Das auch. Wollte ich mal sagen. Weiter gehts. Wenn wir das mal aufgeladen hätten. Technologie aufgeladen. So. Und zwar in Richtung der Ruine. Mal sehen, was es da erwartet. Ist auch nicht so perfekt mit dem Flugzeug. Flugzeug mit dem Raumschiff. Das ist eine Beleidigung eigentlich. Auf dem Weg zum Landen. Kann ich auch landen. Das ist jetzt nicht zum Landen. Das ist zwar auch so ein Monolith. Aber, ne. Ne. Kommt das... Ne. Ne. Wenn ich nicht landen kann, und wieder abheben kann. Dann mach ich das nicht. Es ist mir ist egal. Und wenn wir letzte Spezies gefunden haben, dann machen wir uns weiter mit dem Sternen-System. Das ist eine Fabrik, da gibt es Technologie. Bei Ruinen wird nicht auf uns geschossen. Und da ist auch schon etwas. So könnte das hier sein. Eine Abwurfkapsel. Die gibt es hier ganz schön oft. Das ist etwas zu oft, für meinen Geschmack. Das war noch was. Ich will jetzt mal rein. Ich bin lieber auf unserem Radar sowieso. Eine längere Zeit. Nichts. Sourcen-Ansammlungen. Naja. Das scheint auf diesem Hügel zu sein. Guck mal. Landbereich nicht frei. Guck mal, landen überall. Ach ey. Dieses Fliegen ne. So können wir nicht einfach schweben. Über den Boden. Und in unserem Landbereich selbst auswählen. Ist das zu viel verlangt. Was wir jetzt so machen. Perfekt. Habe ich ja toll gelandet. Wörter sind wichtig. Unten noch irgendwas. Nein. Strahlungsschutz. Stöhnen. Die Ruinen. So. Und die Ruinen. Das Buch des Hierk erzählt vom Aufstieg der Reisenden. Sie sollen aufsteigen und die grenzenlose Leere erkunden. Die Wikinen sollen ihren Aufstieg nicht stören, denn die Reisenden müssen obsiegen. So verfügt ist das Buch des Hierk. Warum mir die Wörter jetzt wichtiger sind als diese Fabrik, frage ich mich gerade selbst. Strahlungsschutz, stelle ich sie in sich. Scheint mir einfach, die fliegen random irgendwo rum, um mich zu streuen. So, hier kann ich mich nirgendwo verstecken. Uiuiuiuiui. Ist hier irgendwo Plutronium? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Technologie aufgeladen. Strahlungsschutz nimmt an. Hm. Das ist wieder eine Suche, Leute. Ich glaube einfach. Die nächste Zeit werde ich Offspring weiter machen. Und falls was passiert, schalte ich die Kamera an. Für diesen Part lassen wir es erstmal so. Vielleicht finden wir die letzte Spezies ja noch. Es muss einfach irgendwas Fliegendes sein. Das sah auch aus wie so'n Schatten, die man manchmal im Auge hat. Geht er bestimmt auch. Aber da ist noch ein Wort. Könnt ihr mich vielleicht mitnehmen oder so? Nein? Okay. Ich muss ja Hülle finden langsam. Also. Eisen und Penalty verbrauch ich dafür nicht. Okay. Technologie aufgeladen. Ich dachte es ist Plutonium gewesen. Was war das denn, wie ich das gebraucht habe? Hab ich wieder vergessen. Warte mal. Warte mal. Ne. Mein Design ist aus wie eine kleinere Viecher. Ja. Da kann ich euch füttern. Wohlstoff. Ich bin manchmal auch ein paar Sachen. Ich fütter. Geht's ich. Kommt, ich fütter ich mal. Bist mir freundlich gesehen, ne. Ja genau. Ein paar, ein paar tolle Sachen hier. Ja. Ja. Okay. Ja. Ist gut. Plutonium. Das scheint es dir Gott sei Dankreich zu geben. Wenn du das für mich ausbuddelst wäre das sehr nett. Plutonium. Ja. Magiekanister. Ah. Perfekt. Ja. Fein. Auch noch mehr Zeug. Nice. Ab zum Schiff. Ich muss mehr Plutonium. Da ist auch schon was gefunden. Bin ich jetzt mal echt gespannt. Was? Kopriet. Je fein. Was ist das denn? Was ist das denn? Selten neutrales Äh, ich hab das Fäkalien gewonnen Ah, okay Ab aufs Schiff Kann ich denn überhaupt noch was, ja ich kann so ein Schild Du hast noch was gefunden Jetzt hast du es aber echt aus Oder? Noch mehr Scheiße Je fein Jetzt will ich noch was süßiges finden Oder so Na gut Kannst du vielleicht mal ein Schild finden Für mich oder so Das wäre echt nett Was ist das denn? Nichts Vielleicht noch mehr Oh ja Ja genau du Kackviech Weißt du? Du bist ein Kackviech Hast du nicht gesagt Du hast das gefunden? Oh Selber schuld Kackviech Kackviech Hab das schon aufgenommen? Ja Und dann gehts auch schon weiter Potamium Ist wichtiger Ein bisschen Ach das ist Ketter Ich hab mich schon gefreut Das war nur Schissblätter Ist auch schön Echt geil Spiel danke Ich freu mich noch mehr Ich muss so viel sprinten Ah da ist mein Plutonium Das wird aber noch reichen Ich will für es reichen 220 Ja das reicht So Nein Nicht schon wieder Lebenserhaltungssystem Energie niedrig Kann ich noch Schilder bauen Ja Ja Lebenserhaltung reicht Okay beziehungsweise reicht ja nicht Müssen wir sowieso mal aufladen Machen wir das auch Dann haben wir das auch geschafft So Schiff erstmal Und weiter geht's Natürlich will die jetzt eine Spezies finden Wirklich Das ist wohl nicht so leicht Das nervt mich irgendwie Technologie aufgeladen Ziemlich Es gibt sehr viel Geld Wirklich nicht wenig Eine Nase Was ist das? Wo ich jetzt nicht hierherkomme Ich bin noch ein bisschen Kleinen Bogen hier Aber guck mal Basis Basis Kann man da landen Vielleicht Warte mal Das ist die Basis Wo ich schon Ne das war nicht die Basis Wo ich schon war Nein ich werde da nicht landen Noch am Basis Wo ich landen kann Wo ich problemlos wieder abheben kann Das sollte jetzt Priorität haben Ich kann nicht immer so viel KK mit dem Petronium Als ob hier irgendwas ist Da hinten lächelt auch wieder was Das ist ne Fabrik Was ich aber jetzt mache Ist ja mal erst Plutonium Und dann mache ich mich da rein Ich ziehe mit dem Petronium rum Machen wir das so Ah guck mal Oh ja 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 Sehr viel Petronium Super Nice Mit dem da hinten Dürfen wir gleich alles voll haben Ich muss mal was gucken Ob wir den Strahl verstärken können Den brauchen wir gleich wirklich Sehr dringend auch Da ist noch mehr Plutonium Ach ist das super Ist vielleicht noch irgendwo Noch mehr Den Strahl muss ich aufladen Nicht vergessen Der Plutonium ja Das weiß ich mein Stein Okay Ist gut Ja gelaufen ne Oh ja Ist gelaufen Zu Fuß Das ist echt ein Erfolg Was haben wir hier noch drin Sind wir doch Maximum Ja ist Ich hab's gelesen Ein Dolch Und Was noch Irgendwas Ich hab keine Ahnung So haben wir mehr als genug Oh das ist gut Das machen wir nochmal voll Multiwerkzeug wollte ich nachgucken Was können wir denn da alles noch Verbessern Wir müssen Titan Alles Titan für Strahlungsschutz Nicht wahr Eisen Zwerb Könnte ich machen Aber es bringt mir nichts Es bringt mir noch nichts Kampfverstecker Aber schon Geh kurz ins Schiff Und warte bis ich meine Schilde geladen habe So Bevor wir irgendwas machen Muss ich mal aufladen Das haben wir mehr als genug Das Schiff Das Schiff laden wir auch erstmal auf Technologie aufgeladen Dass wenn was passiert Dass wir geschützt sind So Mal schauen Warten ein bisschen bis das Schild aufgeladen ist Und dann machen wir uns dran Die Tür zu öffnen Das ist glaube ich schon eine kleine Tür Die kriegt man sehr schnell auf Mit dem Plasma Granaten Das dürfte reichen Wenn wir versuchen die Tür zu öffnen Wenn wir uns diese Gesellen hier anreiben Erstmal nachladen Genau So Jetzt müssen wir die Rechter Ganz schnell zerstören So Erster Rechter Vor uns die Verstärkung rufen Das wollen wir nämlich echt nicht So Der versteckt sich wieder Ich hasse das Wenn er das tut Super Das haben wir schon mal geschafft Und weiter Erstmal schnell da rein Die suchen uns jetzt Wir werden es aber nicht finden Das war Jetzt aber nur so Eureka So Jetzt kann das sehr schnell passieren Dass ich hier Übel verkacke Hoffen wir mal nicht Dass das passiert Der Alarm hat das Terminal gesperrt Sicherheitsscanner erscheinen Und drehen sich langsam In meine Richtung Eine Meldung wird Buchstabe für Buchstabe Auf dem Terminal angezeigt Eindringende visuelle Aufspürung Visuelle Aufspürung Kamerunterbrechung unterbrechen Kameruhr tragen unterbrechen Oh ja 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 Geschafft Gut ist für diese Wörterkanten Beziehungsweise Dass sie uns so Geben wurden Wir haben uns Ein Rezept Für die Suspensionsflüssigkeit erhalten Das ist super Ein Schritt Weiter Damit wir Unsere Hyperraumantriebs Flüssigkeit bekommen Sprit Und so Das wäre echt eine Tortur Und ich würde sagen Jetzt rücken wir in mein Raumschiff Oh da war noch was Trümmer Der hat alles schönes fallen gelassen Hier Maut noch mit Der hinten auch Das machen wir auch noch Das können wir auch mal machen Und jetzt nicht im Ernst Oder Ist das nicht im Ernst Wir haben Keinen Platz Sammelplatz Wir machen uns Noch schnell einen Krabelschip Krabelschip Und aktivieren das ja auch noch Ich bin dumm Ja das war nur ein Überbruchungsschiff Den kann man sich Ganz leicht bauen Aus irgendeinem Grund Habe ich es gerade verwechselt Aber da steht auch Raumschiff rufen Egal ich bin müde Leute Ab ins Schiff Und Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bei Norman Sky Ich hoffe euch hat der Part gefallen Lasst einen Daumen hoch da Wenn ihr mehr sehen wollt Abonniert den Kanal Danke Tschüss Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal